Ja klar, und ich meine, da ist jetzt ein bisschen die Abgrenzung dann schwierig zur Fortbildung, aber ich glaube schon, dass in diesem Moment du einfach die Zeit nutzen kannst, um dich entsprechend ein bisschen zu reflektieren, um ein bisschen aufzuarbeiten, was hast du denn du mit deinem Team so gemacht und bist du in gutem Kontakt mit dem Team, bist du auch mit allen Teammitgliedern im Kontakt, das ist auch so ein Ding, was immer wieder mal übersehen wird, weil ich glaube, es kristallisiert sich schnell raus, dass man irgendwie mit dem einen ein bisschen besser kann und mit dem anderen ein bisschen schlechter und dass es da halt Unterschiede gibt in der Beziehungsqualität der einzelnen Mitarbeiter, die man halt in seinem Team hat und da ist die spannende Frage sozusagen, die man sich auch immer wieder anschauen muss, schafft man da einen gewissen Ausgleich hinzubekommen, um das entsprechend auch wieder, also ich meine, man muss vieles managen als Manager, um nochmal dieses Sportspiel zu bemühen. Es ist klar, du kannst nicht, also viele Sachen passieren einfach und dann muss man dem Ganzen halt ein bisschen gegensteuern, um entsprechend da wieder eine gewisse Parität hineinzubekommen, um einfach festzustellen, okay, das macht einfach keinen Sinn, ich kann irgendwen nicht links liegen lassen, nur weil irgendwie ich merke, okay, da geht es nicht so leicht, wie es vielleicht bei anderen geht. Das ist ja oft so ein Thema. Und dann wäre das ein wunderbarer Zeitpunkt, um darüber nachzudenken, okay, wie könnte ich das denn eigentlich gestalten, ja, wie könnte ich das irgendwie vielleicht sogar, was ich in meinen Notizen mit aufnehmen und aufbauen, habe ich es geschafft, meine Aufmerksamkeit in der Woche irgendwie halbwegs gleich zu verteilen, habe ich es geschafft, irgendwie rauszufinden mit ein paar persönlichen Fragen, vielleicht da, wie das Wohlbefinden ist sozusagen, also dass ich da wirklich in diesem Kontakt bleibe und da auch den Anschluss nicht verliere an verschiedenste Teile meines Teams. Vielen Dank.